Die sechs Stunden sind vorbei und wir können endlich das Blut analysieren. Es ist nicht nur der ins Blut, sondern auch... Ne, das ist die Tatwaffe, das Taschenmesser. Und da ist ein B drauf. Ein Symbol. Ein hineingeätzt wurde das. Das war jetzt viel Prozent. Das heißt, wir müssten jetzt den Mörder festnehmen. Und dann ist es schätzungsweise doch er, weil er ja eben... Der Mörder besitzt dieses Tattoo, ja dann ist es er so verhaften. Er hat ihn umgebracht. Der Mörder ist eine Katastrophe. Das war uns nicht nur der Katastrophe. Der Mörder hat noch inhalt einen Räumen. Oh je, die Freundin wird sich bestimmt am Bulldog rächen. Lebenslange Haft, die nach 20 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden kann, okay. Das kriegt er jetzt, so was wird bei uns glaube ich nie passieren. Nicht auf Mord, höchstens 5 Jahre, dann kommen sie frei. Bei Datentausch, da kriegt man lebenslänglich. Naja. Wir haben den Mörder, das ist aber Kaffee und Donuts. Das ist Donuts, okay, aber Kaffee. Lieber Club Marte. Weitere Ermittlungen bringen, okay. Es geht weiter, ich muss nochmal mit allen reden, weil, wegen was? Vielleicht hat er, war es ein Mittäter? Nein, er hat seinen Lieferschein verloren. Und ich soll die Docks durchsuchen, damit ich den finde. Mit der reden wir auch nochmal. Und wir müssen nach ihren Pillen suchen, die Antidepressiva. Und vor dem müssen wir die Geldbörse finden. Alle verlieren so etwas, ne? Und wir müssen es finden. Herr Polizei, Freund und Helfer. Wir brauchen einen Farbklecks, Kakalaki-CD. Gott, ich hab da schon wieder so lange nochmal gespielt. Du vergisst mir das schon wieder. Nicht ganz, aber... Ne, Papierblatt. Der Lieferschein, den brauchen wir. Achtungsschleifen, aber vergessener Apfel. Basketball, der Farbklecks, ist das sowas? Nein, was ist denn ein Farbklecks hier? Socke, ein Zahnwirt. Ach, das hier. Ja, das ist definitiv ein Farbklecks. Yeah, wir haben ihn gefunden. Kann ich ihm auch gleich geben? Hier, für dich. Jetzt muss ich ja auch noch entziffern. Wir sind alle so... So verpeilt die Leute. Noch verpeilter wie ich, das gibt's doch gar nicht. So. So. Ja, das ist das... So. 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 Oh cool, ich habe jetzt eine Regenmantel bekommen. Gratis. Dann suchen wir mal seine Geldbörse. Die ist gleich hier, aber was gibt es denn hier noch zum suchen? Die Leiter, der Körper umriss. Treffen sollten wir heute. Nein, ich treffe gerade gar nicht. Ein Busch, eine Uhr, Klaviertasten, weiß ich gerade nicht. Wo sind die Klaviertasten? Hier. Und wir sollen doch mal die Geldbörse untersuchen, aber ich habe keinen Stern mehr dafür, verdammt. Halt eine Einkaufstüte. Das da. Die habe ich noch nicht gehabt, ja. Dann hol mal ein paar Sterne. Sehr gut. Da könnte ich einen Stern erwerben. Hoffe ich. Oh, jetzt habe ich voll mitgemacht. Und jetzt habe ich nicht aufgepasst, was ich... Jetzt bin ich total draußen. Verdammt. Die Granate fehlt. Das ist so düster. Da sehe ich gar nicht, was fehlt. Das Domino. Die Kassette. Ich warte, bis der Tipp wieder aufgeladen ist. Ah, der Totenkopf fehlt noch. Dann... Habe ich knapp. Den Stern verpasst ich, Vollidiot. Dann... Naja, macht nichts. Das hier, die Banane. Dann hat es da oben noch der Kegel. Nächstes Mal soll es mir das bitte langsamer anzeigen. Ah, die Kamera. Und... Doch hier, okay. Hier, ein Stern. Und wir untersuchen nochmal die Geldbörse. Weil die Pillen, die haben noch ein bisschen Zeit. Nein, das muss ich dann erst nochmal zusammenlegen, hey. Ja, dazu braucht man einen Stern, gell? Ja. 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 Da lieber noch ein paar Sachen. Vielleicht kriege ich noch einen Stern zusammen. Ich glaube es aber eher nicht. Ja. 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 Das war's. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Schade. Da muss ich wohl das nächste Mal weiterspielen.